Also, wir nehmen jetzt einmal den Durstlöscher. Welchen Durstlöscher? Ich glaube, das ist jetzt Part 4, oder? Ja. Ja, also wir nehmen jetzt den Durstlöscher. Mein Gott. Haben wir schon das beide? Ja. Jetzt gehen wir noch weiter. Und ich hole mir keine Durstlöscher. Das habe ich mir überlegt, weil ich habe noch welche zu Hause. So. Okay, welchen nimmst du? Ich weiß nicht. Komm, wir müssen die Durstlöscher. Die sind aber auch gut. Doch, die sind gut. Ah, die sind besser. Wir nehmen die. 1,79 Euro. Echt voll teuer. Wir holen jetzt Kaugummis und die gibt es ja immer bei Kassen. Ja. Ja. Du musst mal die nehmen, oder? Ja, okay, dann nehmen wir die. Okay. Super, dann bis gleich. Leute, wir haben einfach gerade Snickers und Twix Popcorn. Ja, genau. Ja. Und zu werden auch bei uns im Anstoppática. Ja. Vielen Dank.